Was kostet mich sowas denn, wenn ich das, so wie es jetzt hier steht, bei mir zu Hause haben wollte? Dann kostet es die 8.900 Euro. Okay. Und wäre es vielleicht auch möglich, das an die Möbel, die ich schon habe, irgendwie sowas nachzubauen? Geht das? Eben, genau das ist der Clou. Sie können es an jedem Möbel der Welt nachrüsten. Wir tauschen nur die Frontelemente aus. Ob das eine Schublade ist, ob das eine Drehtüre ist, dann werden nur die Elemente getauscht. Ob das eine Arbeitsfläche ist oder eben eine Rückwand. Wir garantieren eine homogene Ausleuchtung. Das heißt, egal welche Farbe ich an meiner Wand habe, sie passen immer dazu? Sie müssen die Frage jetzt anders stellen. Sie werden sich nie wieder fragen, was möchte ich denn für Möbel haben, sondern sie fragen nur noch, was möchte ich heute für Möbel haben. Okay, heute will ich rot. Zackes Rot. Für jede Stimmung die richtige Farbe. Ganz genau. Sehr, sehr schön. Die Innovation ist komplett neu. Wir sind seit drei Tagen auf der Messe und seit drei Tagen erst auf dem Markt. Dann sind wir ja quasi einer der Ersten, die es sehen. Super. Danke schön. Viel Erfolg noch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020